Sorry, man, Totalabsturz, sagt er. Jetzt ist ja gut, alles gut. Ja, passiert. Totalabsturz, auch nicht schlecht. Totalabsturz, ja, das trifft es tatsächlich auch recht gut, ja. Ja, etwas zu schnell gespielt, mein Lieber. So, Zürich, 1-2-3, danke für die 10 Euro. Auf den Sieg, ja. Danke dir für deinen schönen Einsatz hier und auch für die 10 Euro, Zürich. Filidor haben wir. Was ist denn das schon wieder für eine Eröffnung, die Mortenchi spielt? Wie, Filidor spielst du auch gerne mal, oder? Nee. Hast du halt eine Variante mit Springer D7 und Springer B6? Die habe ich, ach, früher, vor fünf Jahren habe ich die mal gespielt. Sag ich doch, deine Variante. Ja, klar. Die hat doch jeder mal gespielt damals, war in Mode für eine kurze Zeit. Ja, Mortenchi spielt hier eine Eröffnung. Okay, jetzt in Ruhe erklären. Er spielt Läufer G4. Er kostet ein Tempo. Der Gegner spielt Läufer E2, entwickelt dadurch eine Figur. Schwarz geht zurück nach E6. Fällt euch was auf? Zwei Tempe, um mit dem Läufer auf E6 zu landen. Der Gegner hat ein Tempo geschenkt bekommen mit Läufer E2. Und dadurch hat Weiß jetzt vier Figuren im Spiel. Schwarz nur zwei. Der Läufer wird auf E6 aufgestellt, wo er nicht gut steht, weil er ständig geschlagen werden kann. Das heißt, er verstößt hier gegen die goldenen Regeln. Verstößt hier gegen die goldenen Regeln einfach. Fertig. Hinzu kommt, dass er eine passive Aufstellung spielt mit D6 und Philidor. Verstehe ich nicht, wie man auf die Idee kommt, Philidor zu spielen auf dem Niveau. Ist keine gute Eröffnung. Besser sowas wie Russisch. Dann hat man wenigstens eine ausgeglichene Stellung. Oder Stafford. Ja, oder Stafford. Von mir aus auch Stafford. Ja, oder einfach ganz normal. Nein, nein. Ja, aber da sind immer irgendwelche Gambits im Spiel. Da muss man immer Angst haben, dass der Gegner irgendein blödes Gambit auspackt. Aber bei Russisch gibt es das einfach nicht. Da hat man eine solide Stellung. Aber Philidor ist ein Problem, Leute. Du hast den Bauern auf D6. Der versperrt den Läufer auf E5, F8. Ja, und wann kommt der mal ins Spiel? Mal gucken, ob er diesen Läufer hier in dieser Partie entwickeln wird. Ja, macht er auch gleich. Läufer E7. Aber damit könnte man anfangen. Schwarz hat ja den Weißer, den Läufer rausgebracht. Und eigentlich erst mal wieder, was wir auch schon mal gesagt haben, erst mal die Figuren entwickeln in die Richtung, in die man auch rochieren möchte. Also, dass die Figuren Platz machen, damit der König rochieren kann. Und hier in der Philidor-Verteidigung in der Regel ist das die Kurzhochade. Also Läufer E7, Kurzhochade. Könnte man schon früh machen. Dieser Zugläufer G4 ist einfach so, ich greife mal die Dame an. Schön, aber wenn der Gegner es pariert, dann hat man eigentlich gar nicht so viel gewonnen. Und das ist so quasi so ein einfaches Fallenspiel, mehr oder weniger. Aber wenn es nicht funktioniert, dann ist man nicht weitergekommen. Ich muss mich noch bedanken bei Ejakulat des Untergangs für den fünften Monat. Danke dir. Das ist klar, okay. Schön, schön, ja. Ja, Julius ist im Bett, das geht, das kann man bringen. Okay. Hoffe ich doch. Sebastian ist bestimmt... Oh, oh, da, ey, hallo, hallo. Nimm das Ding weg. Das ist jetzt ein Geschenk. Alter, das gibt es doch nicht. Alter, wie viele Figuren heute nicht genommen werden von meinen Spielern? Der C3 hängt einfach. Ja, B3, ich weiß nicht genau, was Maxi... Und vor allen Dingen, was soll D5? Schmacksee... Der hängt doch einfach. Weiß kann den einfach nehmen. Was ist denn das für ein Zug? Ja, es war vor allem sehr schnell gespielt, ne? Also D5, kaum überlegt. Öffnet die Stellung. Und man sollte die Stellung nicht öffnen, wenn der König noch im Zentrum steht. Also hier hilft Schwarz, Weiß, dabei die Stellung zu öffnen. Und Weiß könnte einfach den Bauern schlagen und damit auch den Läufer E6 angreifen. Jetzt hat Schwarz... Ja, jetzt muss er Läufer B4 probieren. Mal gucken, ob er sieht. Entwickeln. Er ist total unterentwickelt hier. Ja, der D5 hängt. Ich weiß nicht, warum er das nicht sieht. Der D5 hängt einfach. Na, eigentlich, der hängt jetzt zufällig nicht, ne? Aber das ist schwierig. Wie, was? Warum hängt D5 nicht bei, ne? Wegen Dame E5 am Ende. Dame E5 am Ende, okay, gut. Ja, Läufer D6, das hat halt zumindest den Läufer entwickelt. Das ist gut. Die sind auch gerade vorbereitet. Ja, aber der Bauer ist gleich weg. Es gibt natürlich noch Turm D8-Geschissel. Geschissel. Oh Mann, das war jetzt schon die zweite Figur, die einzügig von euch eingestellt wurde. Und meine Spieler, die nicht genommen haben, ne? Aber Sebastian hat ja am Ende doch verloren auch. Ja, das stimmt. Da war es egal, letztendlich. Läufer E5 übrigens. Was macht er mit dem C3? Ah, Läufer E5, das ist wahrscheinlich stark gewesen. Ja, der Zug B3 hat mir jetzt einfach nicht geholfen. Der hat einfach dem Springer auf C3 die Deckung genommen. Und das macht sich jetzt hier bemerkbar. So, jetzt ist der Springer auch angegriffen von Läufern von Dame. Also sollte man dem wohl oder übel ziehen. Ja, der C3 hängt, aber Läufer E5 wäre noch schöner gewesen. Auf der schönen Diagonale zum Turm A1. So kann der Springer wegziehen einfach nach A4. Ja, ist auch das einzige Feld. Ja, B1. Wobei Springer schlägt D5 hätte man auch machen können, wenn der Bausteg kann die Dame nach B5 mit Schach und dem Läufer einsammeln. Nur als Info. Ah, ich bin erst mal froh, dass er rochiert hat. Ja, damit ist zumindest die Öffnung oder die Prinzipien wurden schon mal umgesetzt hier in der Öffnung. Ah, ich bin so froh, dass er rochiert hat. Hat es geschafft. H3. Okay, Luftloch für den König finde ich nicht schlecht. So, jetzt spielt Schwarz gute Züge. Turm FD8 hätte mir noch besser gefallen. Ach, echt? Ja. Woher willst du denn den anderen Turm stellen? Ja, dann unterstützt er den A-Born erstmal. Was? Ja, deswegen zum Beispiel. Ja, aber jetzt ist der Baun auf E4 weg. Also, den Baun auf E4 gebe ich gerne gegen den Baun auf A7 und den Baun auf C6. Vor allem, wenn die weiße Dame so weit weg ist vom König, hätte ich schon so mal bedenken. Ich weiß nicht. Also, hier läuft er zurück nach D6, dann Dame 4, Dame E5. Das kann hier aber ganz schnell, aber ganz gut sein. Ah, das sehen wir, das sehen wir. Ja, ich meine, aber gut. Wir kommentieren es natürlich so, was wir denken, was die besten Züge sind. Dame schlägt C6, ist ja nicht schlecht. Ich versuche doch, die Dame zurückzubringen. Hier kann man vielleicht einfach mal einen Bauernopfer mit E3. Auch, um die Königstürm noch ein bisschen zu öffnen. Aber muss man auch nicht. Dame E5 sieht auch sehr gut aus. Dame E5 gefällt mir. Ja, Läufer D6, Dame E5. Aber bitte, ja, nicht den C7 mit einfach Opfern irgendwie so. Jeder Bauer ist wichtig, Leute. Das müsst ihr auch vergessen. Das wird auf diesem Niveau häufig vergessen, dass jeder Bauer auch sehr wichtig ist. Ja. Was hat er gemacht? Die Bauern sind die Seele des Schachspiels. Ja, Dame E5 muss er machen, weil E4 hängt auch, sehe ich gerade. Ja, genau. Deshalb Läufer D6 würde Damschick E4 anladen. Und Dame E5 bereitet auch Läufer D6 vor. Dann sollte er wahrscheinlich, weil es dann noch B5 spielen, um die Damen vom Brett zu nehmen. Bevor irgendwie matt gesetzt wird. So, wir liegen zwei hinten. Wir müssen langsam mal was tun hier. Nee, nee. Ihr müsst gar nichts tun. Form D8 macht er. Jetzt sollte aber irgendein Bauer fallen. Auf C7 oder auf E4 kann sich ja Weiß sogar aussuchen. Im Zweifelsfall würde ich fast den Zentrumsbauern nehmen, glaube ich. Ja, ja, klar. Ich glaube, Dame E7 ist sogar nicht gut. Ja, einfach so, ne? Von wem ist das Zitat, die Bauern sind die Seele des Schachspiels? Ja, passenderweise von Philidor, wenn mich das nicht wisst. Ja, ja. Also passend, weil das hat ihr Schwarz gespielt in der Öffnung. Wie hieß der mit vollem Namen, Niklas? Savolli. Was? Was für ein Blödsinn. Nee, stimmt. Das war Taterkoper. Savolli, Taterkoper. Vor allem, Savolli besteht ja Savieli, ist der. Nee, der hieß Savolli. Savolli, was ist das denn? Ist das eine neue Hunderrasse oder was? Nein, das ist Savieli, Taterkoper, ist der. Nee, warte mal. Ich muss mal kurz... Wie hieß Philidor komplett? Philidor? Ah, der hieß André. François-André-Danikant-Philidor ist der. War Franzose, mein Freund. Ja, sag ich doch, das ist André, das habe ich doch gesagt. André. André ist André. Er ist nicht Savolli, sondern Savelli. Savelli ohne I? Ja, Savieli. Ja, sag ich doch. Gehen einen Buchstaben nach dem anderen hinterher noch korrigieren. Strasiosisch. Okay. Oder auch bekannt als Saver oder Savary. Aber aus Savieli wurde Savolli gemacht. Wieso nicht? Ja, ich sehe es nicht ganz richtig im Kopf, aber so ungefähr. Gut, gut, gut. So, was ist hier los? Laufe D3, Dame 8, Schech. Ich habe ein bisschen Angst um den Weißen König auch, so ein bisschen. Das kann relativ schnell gehen hier. Uh, Dame 1 und so. Läufer 11, das geht doch noch, ne? Ja, das geht noch, aber es ist schon ein enges Füßchen. Gaming, danke dir, mein Lieber, für die 100 Bits. Cheer 100, wo ist Rocco Sifredi? Kampfer. Ja, Rocco Sifredi war, glaube ich, beim Sub-Battle gegen... Gegen Gaming, gegen dich war das doch. Oh, Läufer D6, Schech. G3, Dame F2. Hoffentlich sieht er das jetzt. Dame schlicht F2. Sieht man das, oder sieht man das nicht? Ich glaube, das sieht man. Ja. Das ist der Stoß des Todes hier. So schnell kann das gehen, ja. Er hätte Lauf reingelassen. Aber bitte nicht Dame G3 jetzt. Läufer G3, Läufer G3 geht. Läufer G3, Läufer H3, ich meine, suchst der aus. Ja, Läufer G3 ist ein bisschen... Nein. Er tauscht die Dame, obwohl der weiße König komplett auf dem Watt steht. Ei, 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 ei. Okay, jetzt ist Weiß auf jeden Fall noch am Leben, aber den Bauernhof H3 hätte er nicht noch geben müssen. Er hätte jetzt schwarz auch schlagen können. König G2, stattdessen wäre besser gewesen. Aber wird natürlich trotzdem schwer für Weiß mit Bau weniger und Läuferpaar und schlechtere Zeit. Naja, mal sehen. Mal sehen, was noch passiert. Zum Beispiel Springer D7, Springer F6-Schach. Passiert gleich. Solange Springer auf dem Brett sind, ist das immer lustig. Alter, ich glaube es nicht. Das war matt in zwei oder so. Ja, wenn schwarz die Dame auf dem Brett hält, dann kann das Weiß eigentlich nicht überleben. Alter, wir liegen zwei hinten, da müssen wir sowas gewinnen. Theoretisch ja, mal sehen, ob der es schafft. Ja, er tut sich total schwer jetzt. Gut, er hat natürlich 30 Sekunden Vorsprung. Ja. Aber wo will der Läufer hin nach B5? Ja, irgendwo wird er schon was finden, oder? Okay, E4 wäre jetzt nicht so angesagt, weil dann kommt man in eine Stellung mit ungleichfarben Läufer. Und der Läufer muss nach A8 oder E8 hier. Oder, ja. Ja, Läufer E8 gefunden. Ja, aber das ist hier ein Endspiel, ne? Das ist ein Endspiel, das ist korrekt, ja. Danke für den Hinweis. Ja, Königran, ne? Irgendwie sowas halt, ne? Irgendwie sowas, ja. Ja. C6? Oh Gott, was ist das denn? Spielt am falschen Flügel. Ja, ja. Nicht da spielen, wo man schwächer ist. Hier hat Weiß die Bauern. Ja, ja, jetzt hat jetzt... Weiß wie dein Freibauern bilden. Jetzt schafft es Weiß den Freibauern am Damenflügel völlig unnötig. Jetzt hat Weiß den C Freibauern. Königran, Königran, greift den Springer an. Nein. Er sperrt den Läufer aus, den Bauern können nirgendwo hin. Ui, 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 ui. Das ist jetzt schon fast lost, ne? Jetzt wird es aber riskant. Für Schwarz. Aber Königamts, jetzt hat er das gesehen. So Läufer C4 vielleicht? Könnte sogar über Läufer Hafen nachdenken, eventuell. Im Kremis sind... Ja, jetzt kann er Springer C7 plötzlich spielen, ne? Uh, Springer C7 ist ein guter Zug. Ah, F3. F3 gewinnt eigentlich, ne? Egal. F3? Ja, ist zu schwierig. F3 Läufer C4. Ah, sorry, ja, ja. Aber ja, F3 hat auf jeden Fall einen Zug, der Weiß zum Schwitzen. Läufer D7, B6. Ab nach vorne mit den Soldaten. Läufer G4, interessanter Zug. F3 jetzt, bitte mal. Ah, er muss den Läufer wieder befragen, macht er auch. Spannendes Endspiel mittlerweile. B6, okay. Bitte nehmen. Was überlegt er da? Ja, was überlegt er? Das ist die große Frage. Okay. Und jetzt König ran. Wahrscheinlich sieht er nicht, dass B7 Läufer schlicht C7 geht. Ja, Moment. König ran, okay. Ja, nicht da. Der muss rüberlaufen. Ah, der muss rüberlaufen. Ja, stimmt. Springer 6, B7, B8. Ach Gott, ey. Aber ich glaube... Der verliert das auf Zeit, weil er glaubt, dass er verliert. Dabei ist es tausendmal Remi jetzt noch. Ist es tausendmal Remi? König G6, H5. Ach so, König G6, H5. Ja, das ist der Plan. Den letzten Bauern abtauschen. Er zieht nicht. Er wird das auf Zeit verliert. Zieh! Boateng sie! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das tut mir, das tut mir, also es tut mir fast leid, wenn es mich nicht noch so freuen würde, also dann würde es mir echt leid tun. Aber so ist es wirklich auch, ist, ja, ja, okay, das war ein tatsächlich nicht verdienter Sieg. Aber letztendlich, naja, muss man nicht nur die Gewinnsteuerung erreichen, sondern sie auch umwandeln. Untertitelung des ZDF, 2020